Hallo Leute, ich bin heute in der Kramer Kiste und wollte ganz kurz ein bisschen Exklusives vorstellen. Das könnt ihr auch sehen, wenn ich es bei Facebook rein mache. Ihr könnt auch meine Facebook Seite suchen, entweder im Facebook direkt oder über Google. Und dort gefällt mir drücken und ihr werdet immer darüber informiert, was es Exklusives gibt. Und da ist da hier zum Beispiel die Explosivkiste und da haben wir auch nette Sachen. Als da wäre eine Feldflasche in Grau, das ist THW oder NVA, da bin ich mir nicht sicher. Eine US-Canteen in Aluminium, das ist ein Bundeswehr-Feldflaschenbehälter. Eine US-Army, übrigens mit Alice Clips, mit Alice Clips, US-Army Feldflaschentasche. Und Schweizer Feldflasche mit Becher und einmal eine MP9 Überlebensmachete. So wie ein Jagdmesser, eine etwas kleinere Machete von TCCP. Ich denke, die meisten oder viele von euch kennen die schon. Und was ich außerdem zeigen wollte, was ganz Besonderes, was ich von meinem Freund Outdoor mit Billy vom Dieter übernommen habe, ist hier eine kleine Fanwand, eine Briefwand. Hier habe ich extra die Taschenlampe, damit man besser sehen kann. Einmal ist, naja, nicht so dolle sehen, aber hier ist einmal vom Uwe, der mitschrieb. Und einmal vom Dieter, von den Preisen, die ich schon gewonnen habe. Ja, und soweit mal zum Exklusiven. Heute ist wieder wunderbares Wetter, wenn man schwimmt, wenn man, na wie heißt denn noch, Kiemen hat. Ansonsten macht uns Leuten das Outdoor-Wetter ja nichts aus. Und in dem Sinne sage ich, Leute, danke fürs Zuschauen und geht raus. Daheim sterben die Leute. Tschüss. Sag tschüss. Hallo. Tschüss.